Heute erklären wir einen HDT-Wärmetauscher für den Agrarbereich und vieles mehr. Da haben wir oben die Abluft, rechts die Zuluft und unten in der Mitte stehen die kleinen Schweine. Weil es da ein bisschen stinkt durch die Schweine, muss die Abluft abgeführt werden. Das führt aber zu dem Problem, dass den Tieren sehr schnell kalt wird, weil die Zuluft kalt einströmt. Oh scheiße! Also hängt der Bauer eine Heizung in den Stall, die aber sehr viel Geld kostet und CO2 erzeugt. Also zieht man warme Luft raus, während man kalte Luft wieder reinzieht, die man dann auch noch wieder aufheizen muss. Also was machen wir? Wir entfernen den langweiligen Abluftpunkt, ersetzen ihn durch unseren Wärmetauscher und sind so in der Lage, die verlorene Energie wieder auf die Zuluft zu übertragen. Dadurch, dass wir diese Energie wieder zurückgewinnen, haben wir wesentlich weniger Heizenergieeinsatz, können CO2-Emissionen sparen und die Landwirte sind in der Lage, auch im Winter die Lüftung richtig aufzudrehen, damit es den Tieren auch wirklich das ganze Jahr prächtig geht. Der gleiche Wahnsinn in der Industrie, wo Produktionsprozesse ihre Energie über Dach verschwenden und die Zuluft dann mühsam aufgeheizt wird. Die Folgen auch hier, schlechtes Klima, schlechte Stimmung, schlechte CO2-Bilanz. Im Gegensatz zum Standard können wir hier aber für Abhilfe sorgen, denn mit geringen Gegendrücken belasten wir nicht ihre Prozesse und können mit jeder aggressiven oder staubhaltigen Atmosphäre umgehen. Was macht denn der Ball jetzt da? Achso, achso, ach ja. Das erreichen wir auf jeden Fall alles mit unserem ziemlich speziellen HDT Luft-Luft-Vortex-Flow-Wärmetauscher. Der Aufbau ist natürlich genial wie einfach. Als Gehäuse haben wir GFK-Profile und Sandwichplatten und im Kern ist ein ABS-Modul. Um ständig hohe Leistungen garantieren zu können, verfügen wir über eine automatische Wascheinrichtung, die Staub und Dreck aus dem Modul herauswäscht. Die Abluft geht gerade durch eine gezogene Struktur ähnlich dem Lauf einer Waffe und wird dort in Eigenrotation versetzt. Während die Zuluft gegenströmig dazu durch unser Modul gezogen wird und sich dadurch aufheizt. Durch den unvergleichlich geringen Gegendruck unseres Wärmetauschers und den Einsatz äußerst effizienter EC-Ventilatoren erreichen wir dadurch Energiezahlen von bis zu 1 zu 100 oder sogar ein bisschen mehr. Was bei unserem Vortex-Flow-Wärmetauscher als extra spezielle Besonderheit noch hinzukommt, ist, dass wir wirklich mit jeder Atmosphäre umgehen können. Egal ob aggressiv bzw. korrosiv, Staub, Dreck in der Abluft, wir schaffen alles. Selbst Babywahl. Fast.